Du bist Maskottchen hier bei den Special Olympics. Wie ist dein Name und wem bist du zu dieser Aufgabe gekommen? Als Maskottchen heiße ich Louis und sonst Josef. Zu der Aufgabe bin ich gekommen, nachdem ich Volontär bin. Nächste Woche bei den Siegeheirungen und sie haben in dieser Woche ein paar Maskottchen-Darsteller gesucht. Deswegen habe ich ihn Louis. Und was motiviert dich zu mitmachen hier bei den Special Olympics? Einfach die geniale Stimmung und dass man mit so vielen internationalen Leuten die trifft und wenn die einen Hirschen sehen, dann haben sie einfach eine Gaudi und wollen mit ihr mit ihren Foto machen. Das ist einfach voll cool, also voll lustig. Und kannst du uns kurz beschreiben, wie das Gefühl ist in so einem Kostüm? Wie fühlt sich das an als Louis? Also grundsätzlich gar nicht so unangenehm. Es ist recht flauschig, wie wenn man einen Schlafanzug an hat oder wenn man schläft. Ein bisschen warm wird es mit der Zeit. Wenn ein Schlafanzug an hat, würde ich aufpornieren. Bis zum nächsten Mal. Ich habe noch nichts. Schlafanzug an.